Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Besprechung der Biene im Zusammenhang mit dem Wort und zwar vom Hebräischen ausgehend von Deborah für die Biene und Dabar, das Sprechen. Und heute möchte ich gerne etwas erzählen aus einem Vers, der die Eigenschaften der Biene, wenn man so will, beschreibt, nämlich von Deborah in Richter 4, Vers 4. Dort heißt es, und Deborah eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in jener Zeit. Deborah ist eine Prophetin, wird gesagt. Wir werden uns heute genauer anschauen, was eigentlich das Wort Prophet und dann eben auch in der weiblichen Form natürlich bedeutet, woher es kommt und was damit im Eigentlichen gemeint ist. Sie ist zum zweiten die Frau Lapidots, scheint so ganz nebenbei diese Information zu kommen. Eshet Lapidot heißt es im Hebräischen, das wird in einem anderen Teil der Fall sein, dass ich das bespreche. Zum dritten, sie richtet Israel und sie ist damit auch eine Richterin, also ganz spezielle Eigenschaften hat diese Deborah, die nur sie hat. Also es gibt keine andere, wenn man das so will, Person in der Bibel, die all diese Sachen in sich vereinigt. Und von daher zeigt sie auch die Besonderheit der Biene, weil ihr Name bedeutet ja Biene, dass sie eben auch was ganz Einzigartiges ist. Kann schon vorwegnehmen, dass für Prophetin beschreibt man in den alten Kommentaren, das ist ihre Eigenschaft, den Honig zu machen. Also das Süße zu konservieren aus der Pflanze, es um zu den Blütennektar, den sie aus der Pflanze sammelt, umzubauen in viel Arbeit in sich selbst und daraus das Süße eben zu erzeugen. Und dann richtet sie Israel und das ist der Stachel der Biene. Und es ist noch eine Anmerkung in diesem Satz, die da heißt, in jener Zeit, im Hebräischen heißt es Be-et-Ha-hi. Also die Umstände sind besonders. Und was waren das für Umstände, müsste man jetzt fragen, dass es dazu kommt, dass sie in dieser Situation ist, weil das muss man ja auch immer im Gesamtzusammenhang sehen und kann das nicht isoliert betrachten. Da heißt das nämlich in Richter 1, Vers 1, so heißt, so fängt das Buch der Richter, der Schoftim, wie es im Hebräischen heißt, fängt es an. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Im Hebräischen steht hier, We-ye-hi-rei-mot-je-ho-shu-ah. Ja, interessanterweise gibt es ja auch eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die schon sehr, sehr alt ist, die Septuaginta. Und da steht, Kai-e-geneto-meta-ten-te-leuten-jesu. Und interessant hierbei ist, dass für Tod nicht Thanatos steht, das wäre das griechische Wort für Thanatos, sondern Te-leuten. Und das kommt vom Wort Telos, das ist das Ende. Also das Ende Jesu, identisch mit Je-ho-shu-ah, deutsche Übersetzung Josua. Man macht aus dem Sch, dieser Buchstabe hier, Sch, der Schin macht man gerne oder hat über das griechische dann fast überall ein S daraus gemacht. Und dieses findet man auch zum Beispiel bei Shem. Im Original heißt der Shem, daraus wurde dann Sem, Enosh wurde zu Enos und so weiter. Und im Neuen Testament ist es dann teilweise so verändert, dass man gar keine Bezüge mehr erkennt zum ursprünglichen Wort. Das ist natürlich sehr schade, aber es gibt Möglichkeiten, das zu rekonstruieren. Zum Beispiel ein hebräisches Neues Testament. Und da findet man dann auch wieder diese Bezüge. So, ich habe einfach mal zum Vergleich den ersten Satz aus dem Neuen Testament hinzugenommen. Und der heißt dann Biblos Geneseos Jesu Christu. Also, da sagen dann manche Übersetzer Geschlechtsregister, aber das ist vom Wort her ist das einfach Biblos, ist das Buch. Und Geneseos Genesis ist der Ursprung. Ursprung, die Schöpfung, das erste Buch der Bibel heißt bei vielen Genesis oder Genesis. Und das ist dieses Wort hier. Und da sieht man auch eben den Zusammenhang direkt mit der gesamten Bibel. Auch das Neue Testament fängt, wie wir hier sehen, mit einem B an. Das Alte Testament fängt ebenso mit dem zweiten Buchstabe im Alphabet an, nämlich im Hebräischen mit der Beit Bereshit. Also, beide Testamente fangen mit der 2 an. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und wer hier vorgestellt wird, ist dann mit den 42 Stationen, Matthäus 1, dann die folgenden Verse, dann eben im Deutschen mit dem Namen Jesus. Und hier sehen wir das griechische Jesu. Und das ist identisch mit dem Joshua im Richterbuch. Oder überhaupt Joshua, der Begleiter des Mose. Gut, und der war in Vergessenheit geraten. Also, da war keine Erinnerung mehr da. Und genau das ist das Problem und die Situation. Und das ist das Buch des Sefer Schoftim, also das Buch der Richter, wo es also dann zwölf Richter gibt, sechs kleine, sechs große, sagt man. Und Deborah ist dann die vierte an der Stelle. Und diese Deborah hat dann diese besondere Aufgabe, ein Gleichgewicht hineinzubringen in dieses Volk, in dieses Israel. Und mit Israel ist, wer jetzt die Viete schon gesehen hat, oder wer die Literatur und Vorträge Weinrips kennt, spreche ich nicht von einem Volk, was im Nahen Osten irgendwo wohnt und das in seinem Pass stehen hat, ich gehöre zum Volk Israel, sondern damit ist das Innere gemeint. Also dort, wo der Mensch einen inneren Kampf überwunden hat und aus Jakob Israel wird und bezeichnet letztlich das im Menschen, was überhaupt den Menschen leben lässt und was überhaupt das Leben im Menschen ist. Wir wissen ja, Pharao lässt Israel nicht gehen, die dort die Hebräer heißen, weil sonst Ägypten untergeht. Also genauso wie der Körper die Seele nicht gehen lassen will, weil der Körper ohne Seele nicht leben kann. Also das nur ganz kurz und wir wollen uns dem Begriff der Prophetin jetzt einmal widmen. Sie ist eine Navia, so heißt es im Hebräischen. Man kann es hier lesen, es wird geschrieben, Nun beth jod aleph he. Und in Gelb jetzt ist der Wort Stamm. Von diesem Verb stammt die Prophetin. Und das wäre dann dieses Wort. Und das wird dann übersetzt mit Prophezeien. Prophezeien ist aber schon wieder ein griechisches Wort. Und im Deutschen wäre es Weissagen. Und das Weissagen hat eben nicht die Bedeutung in die Zukunft Vorhersagen. Das wäre eine neuere Deutungsvariante davon. Aber im alten Deutsch heißt es eben einfach nur weise sagen. Was auch immer damit gemeint ist. Ich denke jetzt im Laufe der weiteren Betrachtung wird es etwas deutlicher werden. Navar ist das hebräische Wort und das bedeutet etymologisch. Transmit God's Word heißt es in dem Etymologie-Wörterbuch. Hebräisch-Englisch und das ist also von dem Lateinischen Transmitere. Transmitere, trans heißt schon jenseits im Lateinischen. Und es ist also Transmitere, ist übertragen auf die andere Seite. Hinüberschicken auf die andere Seite. Das ist Navar. Und manche sprechen es auch Nibar aus. Den zweiten Buchstaben, das kann man B und W aussprechen. Insbesondere wenn keine Punktierung hier gegeben ist, besteht da eben diese Freiheit, das so oder so zu sagen. Wichtig dabei ist, es geht in erster Linie erstmal um eine Übertragung von einer Welt in eine andere. Das ist die Grundbedeutung dieses Begriffes. Hier nochmal zum Vergleich das Wort oben hingesetzt. Und wenn wir die gleichen Bausteine nehmen, aus denen das Wort zusammengesetzt ist, man spricht auch von Zeichen und das ist ganz üblich in dem alten Wissen, das einfach mal umzustellen, um einen Grundcharakter deutlicher zu machen und zu erkennen. Dann kommen wir zu dem Wort E-Wen. E-Wen, also jetzt haben wir die Aleph von hinten nach vorne geholt, die Nun von vorne nach hinten gebracht und die Nun erhält, wenn sie am Ende eines Wortes ist, eine andere Form. Es wird hier der untere Bogen einfach aufgebogen und geht jetzt tief hinab. Also wir erhalten das Wort E-Wen und das bedeutet einfach Stein. Aber was ist ein Stein, ist natürlich die Frage, wie können wir hier weiterkommen in Bezug auf Prophetie, Prophezeiung und auf die Deborah. Wir haben hier den Stein nochmal links im Bild und jetzt kommt das Wort für Sohn. Das ist Ben. Wir sehen also die zwei letzten Zeichen von Stein, finden wir hier wieder, wenn wir so wollen, können wir jetzt schon sagen, in dem Wort Stein ist das Wort Sohn enthalten. Dann ergibt vielleicht auch dieser Satz mit dem Eckstein schon eine weiterführende Bedeutung. Und als nächstes haben wir Av, das ist der Vater. Und wenn wir Vater und Sohn zusammenziehen, so ist die Deutung dieses Wortes. Ich mache das jetzt mal mit einer Animation und jetzt rutscht er rüber. Die Bede, also der mittlere Buchstabe, die verschmelzen miteinander. Und wir haben jetzt eine Aleph, eine Bede, eine Nun und haben tatsächlich wieder das Wort Stein, also identisch mit dem hier links erscheinenden. Und das wird gesehen als Einheit von Vater und Sohn. Hier nochmal eine andere Deutung, nämlich von oben nach unten gelesen, jetzt kommt Av, der Vater, also hier zuerst die Aleph. Als nächstes kommt die Bedeutung, wir sehen also von oben Aleph, Bedeutung und dann für Sohn. Und als nächstes kommt hier die Nun, jetzt ist sie aber am Anfang dieses Wortes. Und das Wort heißt Nechet, das ist der Enkel, kommt in der Bibel auch entsprechend vor, aber wird meistens mit Nachkommen übersetzt und nicht mit Enkel explizit. Und Nechet bedeutet als Verb eine Generation verdrängen. Also spätestens, wenn die Enkel kommen im Leben, weiß man, jetzt bin ich an der Reihe, wieder zu gehen. Natürlich gibt es irgendwo, wenn es gut läuft, auch den Urenkel und man wünscht sich immer gesunde 120 Jahre. Aber die Allgemeinheit ist so, dass es Enkel gibt, Kinder, Eltern, Großeltern und in seltenen Fällen Urgroßeltern. In ganz, ganz seltenen Fällen auch darüber, die berühmte Ausnahme eben. Aber gewöhnlich haben wir diese drei Folgen, diese drei Generationen, die zusammen sind. Und das wird auch mit diesem Event ausgedrückt. Also nochmal hier von oben, Aleph, Bet, Nun. Das heißt, es hat schon etwas mit einer Generationenfolge zu tun. Und das bedeutet sogar, dieses Wort Nechet, aufgrund von Differenzen isolieren. Das ist spannend, weil die Generation dann, die die Enkelgeneration ist, zu der großelterlichen Generation tatsächlich äußerlich häufig eine sehr große Distanz hat. Ja, was willst denn du überhaupt? Du hast keine Ahnung. Und die Alten sagen, die jungen Leute heute, die sind total verrückt. Also das ist, solange es Menschen gibt, ist genau das die Feststellung. Und deswegen ist das schon im Verb enthalten. Das Besondere aber ist, dass man sagt, daran zeigt sich, oder ja, dass es sich um einen Mensch handelt, weil er oder sie eben seinen Enkel erkennt. Also wir anerkennen unsere Enkel, wohingegen das die Tiere nicht machen. Bei Tieren gibt es nur die Eltern-Kind-Beziehung, in aller Regel die Mutter-Kind-Beziehung. Und bei Menschen geht es darüber hinaus. Das ist ein Unterschied und das will auch mit dem Stein gesagt werden. Sieh, du bist ein Mensch. So, jetzt haben wir die Mehrzahl einmal von dem Wort Stein. Dann ist es aus Ewen, kommt dann Avanim. Da haben wir Steine. Und jetzt lassen wir einmal die Aleph hier vorne weg. Und dann kommen wir zu dem Begriff Banim. Und das heißt Söhne. Also wir sehen, das ist vollkommen identisch. Hier bei den letzten vier Zeichen. Und es fehlt einfach nur die Aleph, die verschwindet. Und man muss jetzt dazu wissen, zu dem Bibelferst, den ich jetzt bringe, dass es im Alten Testament, im Hebräischen, kein Wort für Kinder gibt. Es gibt Söhne und es gibt Töchter. Also Sohn ist Ben, Tochter ist Bat. Und dann gibt es den Junge. Das ist der Yelet. Und das Mädchen ist die Yelda. Das gibt es, aber es gibt kein neutrales Wort für Kinder. Also in dem Sinne von geschlechtslos. Das ist deshalb sehr wichtig, weil die Bibel sehr konsequent in Geschlechter eingeteilt ist. Und damit sind nicht die biologischen Geschlechter im Außen gemeint. Der äußere Mensch wird immer als ganzer Mensch gesehen, bestehend aus männlich und weiblich. Auch wenn wir natürlich um der Fortpflanzung willen, in unterschiedlichen Körpern sind. Aber der äußerliche Mensch wird immer als männlich und weiblich gesehen. Männlich, ganz kurz, vom Hebräischen auch her, ist das Innere. Weiblich, Nekeweiß, das Äußere. Hatte ich im letzten Video auch schon kurz erwähnt. Und es ist eine ganz elementare Sache, die man unbedingt wissen muss, um es richtig einteilen zu können. Denn ansonsten verwischen die Grenzen und ich verstehe gar nicht mehr, was ist oben, was ist unten, was ist links und was ist rechts. Wenn ich das nicht verstehe, verliere ich sofort die Orientierung. Und dann mündet es hinein, ich denke, ich glaube, ich meine. Und deswegen war oder ist im alten Wissen auch eine eigene Auslegung. Also ist nicht erlaubt. Man muss erst mal sich mit den ganzen alten Quellen vertraut machen, da ein Fundament bekommen. Und man weiß, mit dem Stein wird das Fundament gemacht. Wer auf den Felsen baut, auch auf das, was eben diese unverbrüchliche Einheit ist. Das heißt, deswegen immer diese Berufung auf die Väter. Man beruft sich darauf, weil man weiß, hier ist Substanz da. Man kommt nicht plötzlich mit einer ganz neuen Lehre, mit einer ganz neuen Meinung. Wie in den letzten Jahrzehnten oder wenigen Jahrhunderten könnte man sagen. Also unzählige neue Richtungen im christlichen Bereich, da kenne ich mich halt am besten aus, entstanden sind. Und diese ganzen neuartigen Entdeckungen sind nichts weiter als menschliche Interpretationen, die keine Substanz mehr haben von der Quelle her. Und das kann man im Hebräischen auch direkt sehen, dass diese Verbindung nicht mehr besteht. Also hier wieder zurück auf unseren Stein, Steine, Avanim, Banim, Söhne. Und in Matthäus 3, Vers 9 finden wir eine Aussage von Jesus. Da heißt es, und denkt nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Jetzt steht im Griechischen tatsächlich das Wort Kinder, denn da gibt es das Wort auch. Und das ist eben wieder eines der Zeichen, woran man sieht, dass das Griechische schon ganz eifrig dabei ist, die Grenzen zu verwischen. Auch die Zitate, die im Neuen Testament gebracht werden aus dem Alten Testament, die haben häufig mit dem Hebräischen also nicht mehr viel zu tun. Es wird dann aus dem griechischen Alten Testament zitiert und da gibt es ganz markante Abweichungen. Und deshalb ist es dann nicht hilfreich, davon auszugehen und darauf mitunter eine Lehre zu bauen, sondern eben zum Ursprung zurückzugehen, zur Quelle selbst. Und dann kann es sich auch wirklich bauen und man kann tatsächlich auch echte Zusammenhänge erkennen. Ja, normalerweise müsste es heißen, und so heißt es auch im Hebräischen Neuen Testament, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Söhne zu erwecken vermag. Das hat überhaupt nichts mit einer Diffamierung des Weiblichen zu tun, von Frauen oder Mädchen oder sonst was, sondern es geht darum, dass hier Sohn eben, Sohn kommt von dem Wort Bauen, von Bonet. Der Sohn Ben, also der Sohn heißt Ben und das kommt von Bonet. Und das Wort Bonet heißt aber nicht einfach nur Bauen, sondern es betrifft ein ganz bestimmtes Bauen in diesem Alten Wissen. Und zwar das Bauen, das passiert, wenn zuvor etwas abgerissen wurde. Das ist ein großer Unterschied, denn wenn ich jetzt natürlich hier irgendwo ein Haus baue oder eine Hütte oder sonst was, dann nehme ich ganz neues Material und baue es an einer Stelle, wo noch nie etwas war. Und das ist nicht gemeint. Es ist Bonet so gemeint, dass es eben bezeichnet, da ist zuvor etwas abgerissen worden. Und wer sie im Neuen Testament ein bisschen auskennt, weiß, dass es heißt, reißt den Tempel ab und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Also da wird etwas Abgerissenes, da steht, da ist das Wort von Katalüo, also das wird nach unten hin aufgelöst. Also da wird ein wie eine Lyse beim Herzinfarkt, das einen Thrombus, eine Verklumpung auflöst. So wird dann dort etwas, was falsch zusammengebracht war und einen Klumpen gegeben hat und wo es nicht mehr im Fluss war, das wird aufgelöst und verändert. Und ein Katalysator ist eine Chemie, eine Substanz, die eine chemische Reaktion hervorruft, ohne selbst dabei verändert zu werden. Bei Gott ist kein Wechsel des Lichtes, da ist keine Veränderung. Und das ist das Besondere, wenn es von Jesus heißt, er baut es wieder auf in drei Tagen. Das ist natürlich dieser sechste, siebte und der achte Tag gemeint, Freitag, Samstag, Sonntag in unserer Sprache. Und dann will er damit sagen, ich baue dich neu auf. Also deine Art und Weise zu leben, die ist vielleicht hier in der Sackgasse geendet, aber das ist nicht das Ende, sondern wir lösen das auf. Das hat mit Erlösung auch zu tun und wir bauen es jetzt richtig auf, konstruktiv. Das nur zu dem Wort Sohn und deswegen ist das Wichtige, dass hier Söhne steht, weil bei Töchtern müsste dann, wäre die Bedeutung eine ganz andere. Und das kann man eben nicht vermischen. Ja, und dann sieht man, dass er hier plötzlich Steine und Söhne direkt hintereinander in einem Satz sagt, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Söhne zu erwecken vermag. Und jetzt wird es aber deutlicher, wenn man den sprachlichen Zusammenhang im Hebräischen sieht. Mit anderen Worten, Gott kann dem Abraham, ja, hier bei den Steinen, diese Steine, jetzt kann er die Eins wegnehmen und dann hat er Söhne. Das ist interessant. Es geht darum, dass die Eins wegfällt, möchte es aber jetzt nicht noch weiter vertiefen, weil wir ja hier, es soll um die Prophetin gehen und nicht um Söhne und Steine. Aber das ist eben beiläufig, glaube ich, doch auch eine wichtige Information. Die Eins hat damit zu tun, dass sie nicht erscheinen kann. Nur die Zwei kann erscheinen, weil die Welt in der Zweiheit, in der Dualität, die auf Gegensätzen beruht, die kann erscheinen. Und deswegen hat Sohn auch mit Erscheinen zu tun. Und Vater selbst, der Vater kann nicht gesehen werden. Kein Mensch kann Gott sehen. Ich und der Vater sind eins. Und jetzt wissen wir, was damit gemeint ist, nämlich der Stein. Zumindest gibt es hier einen direkten Zusammenhang. Und das steht in Johannes 10, Vers 30. Und jetzt lesen wir weiter. Das ist jetzt nichts geschnitten. Das ist direkt der nächste Vers. Kann man nachlesen. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Ach, er sagt, wir sind eins, wie eben der Stein. Das sind jetzt meine Worte. So sind wir eins. Und dann hoben die Juden wieder Steine auf. Auch das sollte man nicht als äußere Geschichte nehmen. Ach, die primitiven Menschen damals, die haben andere gesteinigt und so weiter. Sondern sie verachten diese Einheit der Generationen. Sie verachten die Einheit von Diesseits und Jenseits. Denn der Vater steht für das Sein, der Ursprung. Und das Sein, das eben nicht beschreibbar ist. Man sagt einfach, es hat einen Ursprung, aber man kann es nicht näher beziffern. Und der Sohn steht für das Werden. Dieses Genesis heißt eben, dass das Verb, das im Griechischen dahinter ist, von dem Vers, den ich vorhin aus Matthäus 1.1 zitiert habe, heißt in erster Linie, wenn man in Wörterbüchern schaut, in Altgriechischen, Werden. Der Sohn steht für das Werden. Die Verbindung mit dem Vater ist das Werden aus dem Sein. Und der Vater steht für das Sein, das eben nicht weiter beschreibbar ist. Diese beiden, und das sagt er nur, ganz wichtig, im Johannesevangelium, sonst sagt er das nirgends. Ich und der Vater sind eins. Und da kommen dann hier die Jehudim und sagen, da steinigen wir dich aber. Und wir sehen auch im Johannesevangelium spielen noch mehr Steine die Rolle, wenn man so will. In Johannes 8 ist er die Ehebrecherin. Und dann kommt ja, das geht es hin und her. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Weil Sünde hängt auch damit zusammen. Denn durch die Sünde, wenn man so will, entstehen die Generationen, entsteht die Geschlechtlichkeit. Die Geschlechtlichkeit bringen die Kinder hervor. Und noch mal Kinder. Und sobald Kinder hervorkommen, heißt das, ich muss gehen. Deshalb, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und hier heißt es, die Generationen sind eine Einheit. Vergesst das nicht. Es geht alles zurück. Und das hängt alles miteinander zusammen. Du kannst es nicht trennen. Und du bist hier nicht unabhängig in dieser Hinsicht, dass du jetzt als weißes Blatt Papier auf die Welt kommst. Also wir sehen, dass eine Generationenfolge da ist. Und auf der einen Seite, dass das zusammengehört. Und auf der anderen Seite aber, der Stein, der weggewälzt wird am Grab, ist dann eben das, dass ich sehe, es ist doch eine Einheit. Und in dem Moment, wo ich erkenne, die Generationenfolge, die, wenn ich die äußerlich sehe, raumzeitlich und sage, ach ja, das ist weil und das ist weil und das ist weil, dann bleibt das Grab zu. Dann kann ich nichts erkennen. Aber in dem Moment, wo ich erkenne, das ist alles in mir anwesend, in mir selbst ist es da. Ich dränge es nicht weg in die Zeit, sondern ich sage, es ist bei mir selbst da. Und bei mir selbst sucht es auch, erlöst zu werden. Dann wälzt sich der Stein vom Grab weg. Also damit hat das so mal ganz oberflächlich, wenn man so will, zu tun. Und jetzt möchte ich kurz zeigen, wo das Wort Stein, das geht immer noch um die Prophetie. Also das hat insgesamt damit zu tun. Denn ohne diese Einheit gibt es keine Prophetie. Und was Prophetie eigentlich heißt, dazu kommen wir gleich noch. Wo kommt das Wort Stein zum ersten Mal in der Bibel vor? Das ist in 1. Mose 2, Vers 12. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es das Bedolach und den Stein Onyx. Da kommt das Wort Stein zum ersten Mal vor. Und er wird gleich bezeichnet, er wird gleich im Grundcharakter gezeigt. Denn wo ein Wort in der Bibel zum ersten Mal vorkommt, da zeigt es, wohin es gehört. Also das ist auch im alten Wissen eine Regel, die ohne Ausnahme angesetzt wird. Und man schaut, wo kommt ein Wort zum ersten Mal vor, in welchem Zusammenhang zeigt es sich. Und da kann man etwas ganz Essentielles von diesem Wort erkennen. So, das ist der Onyx, ist der Shoham im Hebräischen. Wir schauen mal, was diese drei Zeichen uns noch zu erzählen haben. Da haben wir zum Beispiel auch das Wort Hashem. Wir haben jetzt einfach die Reihenfolge der Zeichen verändert. Hashem. Was man im Jüdischen sagt, um das Tetragramm, dieses Jod-Hei-Waf-Hei, der Name Gottes, um es nicht zu sprechen, weil es eben ein Ausdruck des Seins ist und man das Sein nicht festlegen kann. Ein Name liegt fest. Und wenn ich es nicht festlegen kann, dann kann ich auch den Namen, darf ich nicht sprechen. Deswegen vermeidet man eben das Aussprechen des Namens Gottes. Und wenn man ihn ausspricht, heißt es, dann muss man jeden Konsonant mit allen Vokalen gleichzeitig sprechen. Und dann wird gesagt, das kann kein Mensch. Und deshalb sagt man stellvertretend für die Aussprache dieses Namens einfach nur Hashem, also der Name. Im Neuen Testament auch mit Name aller Namen. Das ist der Name aller Namen. Es ist eben, Hashem ist Name. Und Hashem, das ist dann der Artikel davor. Die nächste Beziehung wäre hier der Führer und Erlöser aus Ägypten. Das ist, im Original heißt er Moschee und nicht Mose. Aber man hat dann das wieder hier über das Griechische zu einem S degradiert. Und dann heißt er eben Mose und so ist er bei uns bekannt. Aber all diese drei Wörter haben mit diesem Onyx eben zu tun. Und damit sind sie eine Charakterisierung des Steines. Also wir sehen, Mose hat damit zu tun. Der Name aller Namen hat damit zu tun. Und eben dieser Edelstein. Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, wie, welch starke Bedeutung überhaupt der Begriff Stein hat. Wir kommen zurück zu Navar, zu dem Prophezeien. Und Weiß sagen, wir sehen also hier nochmal die Umstellung mit dem Stein. Das kennen wir jetzt. Wer die Zeichen kennt, ist das erste Zeichen. Die Aleph, die Beth, zweite Zeichen. Die Nun ist das vierzehnte Zeichen und hat den Zahlenwert 50. Und wenn wir das zusammenzählen, 1, 2 plus 50, dann kommen wir auf 53. Und das erste Wort in der Bibel mit dem Zahlenwert 53, das ist Gan. Und das kennen wir natürlich von Gan-B-Eden. Also es heißt nicht Gan-Eden, es heißt Gan-B-Eden. Also der Garten in Eden, das ist ein Unterschied, ob der Garten Eden heißt oder ob es ein Garten in Eden ist. Aber das nur am Rande. Und hier die Rechnung hier unten, das ist die Gimel, das ist der dritte Buchstabe, zugleich mit dem Zahlenwert 3. Hier hinten nochmal die Nun, also die 50. Und wir haben beides zusammen mit der 53. Und was wächst in einem Garten zusammen? Jung und alt. Jung und alt, mittelgroße Pflanzen, kleine Pflanzen, große Pflanzen, junge Pflanzen, alte Pflanzen, unterschiedliche Pflanzen. Und all das ist eine große Einheit. Und diese ganz große Einheit finden wir also in einer lebenden Form im Garten und in einer scheinbar nicht lebenden Form bei dem Stein. Und der Stein heißt, es ist das Bescheidenste, was sich ausdrückt. Es drückt sich nämlich nicht aus. Und deshalb wird der Stein eben als das Bescheidenste überhaupt gesehen. Also erst kommt der Mensch, dann kommt das Tier, dann die Pflanze und dann die Mineralien, wozu natürlich die Gesteine auch gehören. Und man kann ihn streicheln, man kann ihn schlagen, man kann ihn werfen. Er macht seinen Mund nicht auf, er ist immer still und schweigt. Und die Einheit Gottes, heißt das dann auch, kann sich letztlich auch gar nicht in dieser Form äußern. Sie äußert sich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber der Garten führt uns hier ein Stück weiter. So, dieses Wort Nava kann man auch Nabo sprechen. Ja, wir sind hier oben bei Prophezeien, Weiß sagen. Wir können sagen, wir sprechen es einfach Nabo. Und so kommt es auch vor in der Bibel. Und dann heißt es, wir kommen. Denn hier hinten diese zwei Zeichen, diese Bet und die Aleph, wenn man die als Bo spricht, dann heißt es kommen und bringen. Wir sehen also schon, dass irgendwie das Wort Prophezeien mit kommen und bringen zu tun hat. Also wir kommen. Und wenn man wir kommen liest, also mir ist dann ein Vers eingefallen, der heißt so. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Nabo, kann man im hebräischen Neuen Testament genau so lesen an der Stelle. Und Wohnung bei ihm machen, ist eigentlich bei ihm bleiben. Also wir werden genau bei dem Menschen bleiben, einkehren. Und zu wem sagt er das eigentlich, Jesus? Das ist nämlich ganz interessant. Zu wem sagt er das und warum sagt er das eigentlich? Das lesen wir hier ein Vers vorher, also Johannes 14, 22, Judas. Nicht der Vergriechisch, Iskariot, ist eigentlich der Iskriot, der Mann des Risses, spricht zu ihm. Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Also er spricht hier zu einem Jehuda, interessanterweise, und dann fragt dieser, ich bleibe mal beim griechischen Judas, dass du dich selbst uns offenbaren willst. Die Offenbarung des Johannes ist zum Beispiel die Apokalypse. Und das ist eine tatsächlich Überfreiung von der Schale, eine Offenlegung und wie man das jetzt auch immer übersetzen will. Aber hier steht das griechische Wort Empfanes und das heißt eben, eigentlich heißt was anderes. Und dann in der portugiesischen Bibel steht genau das richtige Wort dafür, womit es auch im Lateinischen wiedergegeben wird, nämlich Manifestare. Und das ist jetzt nochmal direkt, ich glaube, ich brauche das gar nicht übersetzen, weil die meisten werden wissen, was Manifestieren bedeutet. Und nochmal die Frage des Judas, Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns manifestieren willst und nicht der Welt? Also Manus ist die Hand im Lateinischen und jetzt heißt es, dass du begreifbar werden willst, dass es konkret wird in meinem Leben. Was muss da geschehen? Wie geht das, das Ganze? Es manifestiert sich tatsächlich im Leben des Menschen. Offenbar, da können wir gar nicht so viel mit anfangen, sicherlich heißt es, kann man das auch so sagen, es offenbart sich dann, es wird dann ganz, ganz deutlich, aber handgreiflich, konkret, im letzten Sinne auch begreifbar innerlich und äußerlich, ist glaube ich, also für meine Begriffe noch ein bisschen mehr. Und dann spricht Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Halten, das hört sich so ein bisschen an wie ein Paragrafen halten, musste gehorsam sein, das ist genau nicht gemeint an der Stelle. Da steht sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen das Wort für hüten. Also im Hebräischen ist dann Schomer, auch das griechische Pendant dazu. Und was hüte ich? Ich kenne zum Beispiel jemand, der hat eine Kameraausrüstung für über 10.000 Euro, also Digital, Spiegelreflex und was weiß ich, mit einer ganzen Menge Objektive. Und diese Ausrüstung, wenn er die dabei hat, die bewacht er, also die lässt er nicht eine Sekunde aus den Augen. Warum? Weil er den Wert dieser ganzen Apparatur kennt. Deswegen wirft dein Auge darauf, deswegen behütet er diese Ausrüstung, deswegen bewacht er sie. Und genau dieses Wort ist hier gemeint. Ich erkenne plötzlich, dass das Wort alles ist. Nicht nur das Wort, was wir hier lesen, sondern dass das, was wir sprechen, etwas ist, was aus mir selbst hervorkommt. Und was vielleicht auch von woanders her in mich einfällt, auf das ich es sprechen kann, darf und vielleicht sogar soll. Und das hat einen unglaublich hohen Wert. Letztlich ist es das Wort, das die Welt schafft aus dem Nichts. Und mit der Biene haben wir ein Wunder, wie wir in den nächsten Teilen noch sehen werden. Das ist ein Wunder der Sprache, das eben die Sprache Materie erzeugt. Und wenn der Mensch eben aus einer anderen Welt spricht, und das ist der Prophet, dann erzeugt er hier eben dieses Süße. Dann manifestiert sich bei ihm etwas. Dann kommt etwas zustande in seinem Leben. Dann ordnet sich etwas, dann wird das eine niedergerissen, Katalüo, also aufgelöst. Dinge lösen sich auf, um neu gebaut zu werden. Um richtig gebaut zu werden auf eine Art und Weise, wie man sagen könnte, der neue Wein gehört in neue Schläuche, weil der neue Wein gärt, der hat eine Dynamik, der hat ein Eigenleben. Und der alte Schlauch ist fest, der reißt natürlich, der würde kaputt gehen. Und deswegen muss das in eine dynamische Form hinein. Und genau das ist doch die Bedeutung auch von Jehoshua, von dem Verb Yashah. Yashah ist doch zur vollen Vitalität bringen. Und darin noch enthalten eben die Hilfe und die Rettung, auch das Sein rettet und hilft. Aber wozu? Dass der Mensch in seine volle Kraft kommt, in seine volle Vitalität. Und das ist hier gemeint, wenn es heißt, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und Wohnung machen heißt, wir bleiben. Es ist etwas Bleibendes. Es ist etwas wirklich Konkretes im Leben des Menschen, woran er sich erfreut, was ihn durch alles hindurch trägt, egal ob groß oder klein, hoch oder tief. Ich möchte kurz mal sprachlich zeigen, dieses so häufig verwendete Wort auch in der heutigen Zeit, Prophezeien, wo das eigentlich herkommt, beziehungsweise was es bedeutet vom Griechischen her. Es wird sprachwissenschaftlich so erklärt, Damit liegt die Bedeutung Vorhersager, Voraussager nahe. Das wird durch den Gebrauch von Prophemi, Voraussagen, vorher verkündigen, scheinbar bestätigt. Jedoch begegnet Prophemi erst sehr spät in der Geschichte und hat dadurch keine etymologische Beweiskraft. Prüft man hingegen die Verbindung von Pro mit Verben des Sprechens in früherer Zeit, So zeigt sich, dass in keinem Falle das abhängige Objekt in die Zukunft weist. Also ich wiederhole es nochmal. Dass in keinem Falle das abhängige Objekt in die Zukunft weist. Der Wortsinn dieser Verben ist eindeutig öffentlich verkündigen, offen erklären, laut verkündigen. Das heißt, dieses Prophezeien, die Bedeutung Vorhersagen in die Zukunft sehen, ist eine neue Belegung dieses Wortes. Aber ursprünglich gab es diese Belegung nicht. Das ist also sprachlich falsch. Und wir haben hier mit alten Texten zu tun, sowohl das Neue Testament als auch das Alte Testament. Das sind sehr, sehr alte Texte und dort gab es diese Bedeutung nicht. Und der heutige moderne Mensch, und das sind die letzten 500 Jahre, also da, wo auch die Wissenschaft ihren Siegeszug angetreten hat, wo man alles nur noch äußerlich sieht und erklärt und deutet, alles zeiträumlich macht und sich der Zeit unterwirft, sagt jetzt, ach, das geht in die Zukunft. Die Bibel ist ein zeitloses Dokument. Die Jahre der Bibel, die dort angegeben sind, haben nichts mit den Jahren im Außen zu tun. Man kann sie nicht eins und eins gegenrechnen. Dazu empfehle ich das Buch Schöpfung im Wort von Friedrich Weinreb. Man kann dort in einem eigenen Kapitel lesen, die Zeitrechnung der Bibel, und Zusammenhänge sich über das Lesen aneignen, auf die man so einfach nicht kommen kann, die aber alle überprüfbar und nachvollziehbar sind. Es ist im Grunde ganz einfach, wenn man gewillt ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und plötzlich kommen auf einmal ganz viele Zusammenhänge, auch im Neuen Testament, die man so nicht sehen könnte, die man auch im Griechischen nicht sehen kann. Aber man sieht dann nach und nach, dass das ganze Neue Testament auf diesem alten Wissen und auf dem hebräischen Alphabet basiert. Das ist die Grundlage. Das kommt nicht einfach so, sondern es muss ja auch ein großes Ganzes sein, was in sich stimmig ist. Es kann das eine nicht das andere ausschalten, nur weil es jetzt im Neuen Testament plötzlich ein Gott 2.0 gäbe. Das ist ja eine ganz seltsame Ansicht, dass man jetzt meint, ach, damals war der alte grausame Gott und jetzt hat er es endlich kapiert. Das ist also eine ganz flache Ansicht. Das ist eine große Einheit. Und wenn man es vom Inneren des Wortes liest, dann sieht man erst mal, wie weit der heutige Mensch weg ist von der Möglichkeit eines inneren Verständnisses. Also im Hebräischen, und jetzt lasse ich Weinreb selbst zu Wort kommen, heißt das Wort der Prophet. Also das Wort Prophet ist im Hebräischen Navi in Zahlen angegeben. Es wäre also Nun, Bet, Jod, Aleph, also in Zahlen, weil jedes Zeichen entspricht einem, einer Zahl im hebräischen Alphabet. Es gibt dort keine Ziffern, wie bei uns. Darin steckt das Wort kommen und das Wort bringen. Sie sind nämlich identisch. Das Wort Bet, Aleph, also 2.1 in Zahlen, kommen und bringen. Wie gesagt, Bo. So, der Prophet bringt dasjenige, was im Himmel anwesend ist. Er erzählt es weiter. Das ist Navi. Also, das ist kommen und bringen. Ich weiß nicht, ob damit dieser alte Brauch zusammenhängt, dass wenn man irgendwo als Gast kommt, dass man etwas mitbringt. Aber man komme nicht mit leeren Händen. Das würde sich in diesem kleinen hebräischen Wort schon zeigen, dass es da auch doch mehr gibt, als man auf den ersten Blick vielleicht sieht. Und jetzt wollen wir einmal schauen, wo das Wort kommen und bringen, also Bo, zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Das ist in 1. Mose 2,19. Da heißt es, Und Hashem Elohim bildet aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er bringt, Bo, Hebräisch, sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er, also der Mensch, sie nennt. Ich habe es bewusst in die Gegenwart gesetzt, weil der hebräische Text kann sowohl in der Vergangenheit, in der Gegenwart, als auch in der Zukunftsversion gelesen werden. Es gibt keine Zeit in dem Althebräischen. Es ist eine zeitlose Sprache. Also, und er bringt, Gott bringt jetzt alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels zu dem Menschen. Man könnte auch hier sagen, Und er kommt zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennt. Mit anderen Worten, in dem, was Gott uns bringt, kommt er selbst. Was bringt uns der Alltag? Was bringen uns Begegnungen? Was bringt uns ein Anruf, eine E-Mail, ein Brief? Was bringt uns das? In dem, was uns gebracht wird, kommt Gott selbst und will wissen, wie nennst du das, was ich dir bringe? Wie nennst du das? Man kann selbst die Bibel aufschlagen und nachlesen, wie es weitergeht. Das heißt dann, denn so wie der Mensch es nennt, so ist es. Das ist der Name. Das heißt, du bestimmst ganz alleine selbst, was die Welt ist für dich. Ist sie gerecht? Ungerecht? Wie ist diese Begegnung? War die fruchtbar? War die unfruchtbar? Wir bestimmen das selbst. Gott will sehen, wie du das nennst, was er dir bringt. Und in dem, was er bringt, kommt er persönlich zu dir. So liest man den Vers. Und das ist ein Ansatz, der sehr nah ist, der sehr persönlich ist. Und mit diesem Ansatz kommt die Bibel zu uns in einer Art und Weise, wo sie uns auch nähert, wo sie plötzlich uns zeigt, mit unseren Möglichkeiten, aber auch mit unserer Verantwortung. Und dass eben diese Welt da draußen nicht einfach die Welt da draußen ist, sondern wir leben, jeder lebt in der Welt so, wie er sie selbst benennt. Und das ist spannend. Es ist, was macht die Biene mit dem, was kommt? Die Biene findet den Blütennektar, nimmt ihn auf, kommt damit in das Verborgen, in das Dunkle des Stocks, in die Verborgenheit. Und was macht sie damit? Sie macht Honig daraus. Machen wir aus unseren Begegnungen, dort, wo es blüht in unserem Leben, dort machen wir Honig draus. Und woanders können wir sagen, na gut, jetzt zücke ich mal den Stachel. In anderen Folgen möchte ich mehr über den Stachel noch sagen. Aber es liegt tatsächlich an uns, was wir bei uns zulassen und was wir ablehnen. Und aus der richtigen Mischung daraus wird etwas, wodurch sich das Wort baut, wodurch sich der Bienenstock baut, wodurch der Honig entsteht und wodurch der Honig auch bewahrt wird, das Wort auch bewahren. Und dann ist es auch nahrhaft. Damit möchte ich für den heutigen Teil schließen und freue mich auf das nächste Mal. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die mich unterstützen, sowohl bei dem Weinreb-Tonarchiv, wo sich jetzt jeder Mann, jede Frau, wie man das heute sagt, alle Vorträge gratis anhören kann. Wir nähern uns jetzt gerade der 1 Terabyte-Grenze. Das sind also 1000 Gigabyte an Daten, die bis jetzt dort heruntergeladen beziehungsweise angehört wurden in ungefähr einem Jahr. Das ist ein beträchtliches Maß, zumal ja die MP3-Dateien noch mal halbiert wurden von der Bitrate her. Und das bedeutet dann, dass das gesamte Archiv bereits zehnmal komplett runtergeladen wurde. Und das freut mich natürlich auch, dass das Interesse da ist. Aber, wie gesagt, es ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die das ganz praktisch unterstützen. Und natürlich auch diese Videos und Texte, die ich sonst veröffentliche. Wie gesagt, Todaraba, so heißt es auf Hebräisch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und dann bitte